Ich sage vielen Dank an die Tagesschau und damit herzlich willkommen zu BRISANT an diesem Dienstag. Den Anfang macht heute das Wetter bei uns, weil es wirklich sehr unbeständig ist in diesen Tagen. Gerade hatten wir ja gefühlt noch Sommer mit Wärme und Sonne. Jetzt heißt es bei uns Land unter, in einigen Regionen zumindest. Starke Regenfälle haben für große Probleme gesorgt. Unser Unwetter-Rundumblick und die Folgen jetzt.